Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Forever Stranded 3 mit Balui und Katze. Ich bin Balui. Ich habe Sachen gesucht, Flo-Fla-Flauli. Flo-Fla-Flauli. Jetzt verwechselst du bitte nicht mich auch noch mit Flocke. Flo-Fla-Flauli. Ey das ist aber jetzt aber so langsam. Das war nur Flo-Fla-Flauli. Flo-Fla-Flauli. Du wolltest Flocke und dann wolltest du... Sind wir nicht alle Flocke? Dann wolltest du Flappe sagen. Sind wir nicht alle ein bisschen Flocke? Und dann hast du da Balui rausgemacht, weil du nicht mehr weiter wusstest. Flo-Fla-Flauli. Flo-Fla-Fla-Fli-Flu-Flauli. Merk mir das. Und das sind ja noch Chance Cubes. Ganz gerne öffnen. Machen wir die auch? Ja hier im Raumschiff. Ja hier im Raumschiff. Ich bin nicht schuld. Wie war das nochmal umgangsweise mit Menschen? Darf man die hauen oder nicht? Flo-Fla-Fla-Flauli nein. Guck mal Blauli, ich habe ganz viel Loot gefunden. Was für ein Loot? Weil ich kann Kisten aufmachen. Ja, ich kann auch Kisten aufmachen. Wo rein? In der Truhe bei Katze, du Baum. Ich weiß nicht, wo du eine Kiste hast. In der Truhe bei Katze. Da wo Katze dran steht. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Wie soll ich denn da auf die Dicken kommen? Was ist denn das für eine Truhe? Was ist denn da drin? Da ist ja nichts drin. Na ja, einen Eimer zum Beispiel habe ich gefunden. Da kannst du bestimmt noch nicht benutzen, oder? Du weißt nicht, wie man einen Eimer benutzt. Bin ich nicht zu dumm dafür. Nein, ich kann ihn benutzen. Was? Einen Eimer kann man benutzen? Das ist aber gnädig beim Spiel. Aber einen Eimer benutzen ist so schwierig eigentlich. Ja. Kann sein, dass die Kiste schon wieder voll ist. Ja. Wir brauchen ja alles. Oh, Mann. Warte, jetzt kriege ich Miri erstmal eine Spitzhacke. Und äh... Ich hab einen. Du willst keine spielen? Wie du hast eine? Ich habe mir eine aus einer von den Kisten geklaut. Funktioniert die auch? Ja. Benutz mal und sag mir, ob das Spiel dir sagt. Ja, ja, kannst du benutzen. Ich hab meinen gesagt. Siehst du? Darf ich dir dann eine machen, die funktioniert? Na boh. Ausnahmsweise. Ich habe vergessen, wie man in diesem Projekt Sticks macht. Zwei Planks im 3x3 Craftingfeld übereinander in der mittleren Spalte. Danach das Ding, was man daraus bekommt, noch mal ins Craftingfeld legen. Ach, ja. Zum Glück ist das gar nicht kompliziert. Nein, nein. So, eine Flint-Pick, Exhumiria, eine Baloui. Du willst auch eine Schaufel haben, vielleicht? Eine, eine Axt. Okay, dann mach ich mir nur eine Schaufel. Äh, Axt ist auch gut. Dann kann man ein bisschen Holz holen. Axt und noch eine Axt. Ja. So, wo bist du? Hier, guck mal. Das und das. Viel Spaß. So. Was weißt du hier? Nee, die verprügelt schon wieder irgendwas. Das weiß ich nicht. Katze hat den gehauen. Ach so. Katzes nett sein. Katze. Katze. Was nett. Besoffen. Was passiert? Au. Ich geh jetzt den blauen Baum fällen. Miri nein nein. Oh. Mach ruhig. Wollte nur was sagen. Could be dead and burning. Ich hab Koppel's Haus doll cool. Immer brennig. Ich hasse brennen. Mal Schwerte raus machen. Toll. Katze brennen vor allem. Na, hast du nicht zu brennen? Katze auf! Das ist keine Katze. Wie Katze auf? Das ist ein Streit. Komm ran auf den Meter. Wie kann man denn seine Rüstung aufwerten? Weißt du noch, wie das geht mit welcher Taste? Ich weiß es leider nicht mehr. Wenn ich das wüsste. Level up. Level up. Musst du als Level 5 erreichen. Weil kannst du es nicht machen. Level up. Mining. XP vom ore. XP vom mobs. XP vom crafting. Dann. Habe ich gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Himmelium. Kobalt meinig. Ach, das Level 26 ist ja nix. Bah. Hat da Level 15. Diamanten Level 12. Was zum geier alter. Amiri hatte blaues Holz gekriegt. Oh. Das funktioniert. Guck mal. Das ist voll voll. Ich mag labern nicht. Nee, ich auch nicht. Aua. Da sind Geisterbäume. Wuhu, kommen wir gegen Geisterbäume fällen. Mag Geisterbäume fällen. Okay, das war ja unerfolgreich, aber ich brenne nur ein bisschen. Wir haben mittlerweile alle Sachen da, oder? Also wir haben mittlerweile alle die Möglichkeit Kissen zu öffnen. Ja, haben wir. Ja. Okay, wunderbar. Bist du da hingekommen? Bist du da hingekommen? Bist du da hingekommen? Bist du da hingekommen? Ich bin da unten rüber gesprungen, war aber unerfolgreich. Ich hab gebrannt. Da ist Eis. Da Katze schon entdeckt, dass nichts Neues. Hier, pass auf, ich mach dir hier Steine. Komm her. So. Und so, jetzt kannst du rüberkommen. Ist nur ein Einsprung weit. Hallo, hinter dir. Das ist kein Eis, das ist Schnee. Äh, das ist nicht Schnee. Das ist egal. Komm hier. Na gut, dann nicht. Doch, doch. Oh. Hier hüpft. Ja, bravo. Aua, wieso brenne ich denn jetzt? Diese blöden Blumen. Ich hasse sie, ne? Ich hasse sie so sehr. Ich bin eine Blume. Brenn. Wenn wir weiter Holz sammeln, Katze sagt, er braucht viel Holz. Yes. Was, warte, was ist das hier? Das ist Kohle. Nein, warte. Warte. Wie viel brauche ich dafür noch? Äh, da habe ich noch gar nicht reingeskillt. Na gut, dann eben nicht. XP hast du. Warum? Warum sind die weg? Töten? Nein, nein. Fünf. Oh, was ist das? Was? Wenn du fünf hast, dann Level bitte. Dein fünf so einzelne Balken. Ach so. Ah, Loch, Loch. Guck mal, was ist das? Hübsch. Das sieht schön aus. Können wir das behalten? Das wächst neu. Eine Teufelszunge. Das ist eine Teufelszunge. Oh nein. Oh nein. Was ist das da hinten? Das sind viel zu viele Gegner. Das ist ein ganzer Haufen Endermänner. Ja, ja. Auch die. Nicht angucken. Die entführen einen. Genau deswegen nicht angucken. Oh nein, das ist ein Compressed Enderman. Das ist auch noch Compressed. Er schlägt mich. Er schlägt mich. Warum schlägt er mich? Ich habe ihm gar nichts getan. Scheiße, wenn der drauf geht. Ich denke, das war mein Leben. War schön hier. Ich hatte fast drei Level. Ich hasse dieses Spiel. Ja, ja. Randale. Ja, aber wirklich, Alter. Die Randale sind real bei euch. Ihr übersteuert immer noch. Vielleicht sind die jetzt nicht aggressiv, wir dürfen da wieder hingehen. Nicht angucken. Einfach hingehen. Nicht angucken. Ich habe den Compressen Idioten nicht angeguckt. Ich glaube, da geht es nicht mehr. Weil am Tag, Alter. Der war plötzlich aggressiv. Und hat uns... Ich bin aus Versehen heruntergelaufen. Wir ist alles aggressiv. Alle hassen uns. Und alle wollen uns umbringen. Ehrlich. Das hat er uns nicht in Lava geworfen. nicht mehr. Tacke. Es sind nur ein paar. Ich komme in Frieden. Ja, das glauben die dir bestimmt. was ist denn da an der Stelle, wo ich rüber hüpfen möchte. Bitte geh weg. Hallo Freunde. Wie komme ich da hin? Er steht da am Weg und ich kann dich hoch gucken. wir waren nur auf der durchreise die sind echt nervig die männer hier das war nicht so schlau glaube ich das war gut du schwimmst jetzt durch laber denke ich wollte da nicht hin und du gibst sie nicht aus ich bin gerade überlegen für was diese ausgehend für building mining mining wollte ich machen wir müssen jetzt schnell katze töten gehen glaube ich denke auch mitgenommen mir warum ein bisschen was zu holen war immer noch darauf dass wir immer mal so ein xp boost finden da drin wir können einfach diese blöden xp von agri craft anpflanzen oder nicht das ist doch alles geil ja dann bringen wir mal die essenzen dafür war schon welche drei dafür du weißt wie viel die kosten ach wie ja nie nächste woche ich suche jetzt den blaze spanner und jemand hat ganz netterweise in die kommentare geschrieben die möchten uns gerne engagieren denn sie haben ein haus und möchten verhindern dass der monster sporten wir sollen uns da mit rein stellen so meine gute idee das fies denke das die beste idee seit wochen fünf euro die minuten unsere dienste sind erwerblich haben sie auch interesse an einem freien haus ich kann hier arbeiten was arbeitest du ich kann hier arbeiten habe ich gerade so bedeutet so es könnte sein dass ich in welche richtung weiter der blöde spanner mann nach links ja wann denn das loch dies von dir ist doch nicht schon wieder hoch wie sind wir erst hergekommen ich hasse diese dinger ne ehrlich verlaufen nicht immer aus prinzip schon drin aber weil ich so einen guten orientierung sehen aber aber es sieht ja auch alles gleich aus mann brennen unproduktiv in der hölle ist das ehrlich der folgende auch mal und ich könnte schwören renne ich gerade im kreis oder bist du unter mir gelaufen muss die lustig warte doch mal direkt nebeneinander aber du warst da nicht ja hier sind blaze also ein gefunden oder viele viele hast mich nicht verstehen weg doch ausweichen 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 aua bin ich ausgewichen im übrigen gut ausgewichen dann gar nicht aufzubrennen mein spd xp du blöder geist steigt auf was das was kann ich ja machen ich glaube hier sonst nichts mehr geben wir wieder da ich auch nicht ja nein geist wie der kleine geist ganz grün was ist denn das für ein biome grün ja überall alles mit gras bewachsen Miami Beach würde ich sagen guck mal wie schön das aussieht ja unser Raumschiff nicht da abgestürzt ob das Ding wer ist eigentlich geflogen ich glaub Katze wie geflogen bei uns ja keiner das war das Problem wie machst du das darf man das fragen ich habe mir durch dieses leveln gerade eben das Ding gemacht dass man durch kraften level ups kriegen kann das ist mal das erste das hat aber glaubt gar nicht so viel gebracht deswegen bin ich losgelaufen und habe einfach Kohler abgebaut weil ich mittlerweile mein Ding das Level dazu hab du bist ein Arsch das weißt du ne nein ich bin Katze habe ich dir gerade erklärt ihr spawnt nix mir der spawner ist immer noch kaputt ich zieh hier hin wo es so grün ist du ziehst jetzt nicht auch schon wieder aus nein nein aber warum nicht vielleicht schon dass du das in Dino Katzen gemacht weil sie ein Compressed Enderman im Dungeon wenn du mal auf ein minimap guckst oh ja oh ne wir haben sich bestimmt wieder zusammengefügt und suchen uns wieder machen wir uns zu trocken so vorne eigentlich kaputt der schlauze vollsteuerung nein da jetzt da ist ein ember zum beispiel mir haben die pigment getroffen pick man geschlagen wo war das knapp ja die sie würde ich sagen geht ihr gut ja mir geht gut jede leute ist auch im übrigen mining leveln ja klar wenn ich mal die kohle anscheinend dann doch auch mal ein blödes feuer ding der ende hin wie zum geier bist du blöde blaze hinter gefallen hochgegangen ja natürlich was schießt auf uns ja hier da ist einer gespawnt hinter der absperrung werke das wäre lustig ist er dumm au natürlich ich hab nicht mehr zu essen glaube ich ich war's von der Mama Spaghetti ab AUSCH wie wie hat er durch den Zaun getroffen ist er dumm nein er ist schlau und ist er das danke und es bleibt er dahinten denn sicherheitsabstand von idios warum er alles von uns mal gut hier wieder runter auf wiedersehen spawnt ja wieder nix ja was die katze gehen dann hätten er jetzt endlich mal ein pigment angegraut angegreift angegriffen jetzt xp was hat auszusehen Aua 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 Bist du für abbauen xp bekommen für öfen sachen xp bekommen oder für kraften xp für mobs für abbauen Aua aber du musst Level 5 dafür erreichen steht da ja ich bin auf Level 5 Level up you must reach level 5 before choosing a specialization bei was drück mal L Miri L wie Ludwig ach so auch dort stehen da ja also wir müssen sparen bis wir Level 5 sind dann können wir wir müssen 5 Level haben Dann können die irgendwie skimmen. Oder wie, oder wo müssen wir Level 5 sein? Ich gehe da nicht weiter. Mann, ey. Ich mag die Feste nicht mehr. Geht nach Hause. Wer ist die Kiste, die Katze anscheinend nicht gesehen hat? Oder hat die Kiste nicht mitgenommen? Ernst? Ja, hat die Kiste nicht gesehen. Hat die Kisten allgemein nicht mitgenommen. Nein, du hast die Kiste nicht gesehen. Ja, damit wir nicht so viele Kisten bauen müssen, weil das Kisten bauen verdammt nervig ist. Hat das nicht Katze in der letzten Folge sogar erklärt? Jetzt, lauf, renn, renn. So schnell du kannst. Ich denke, ich hasse dich. Ich hätte im Übrigen eine Miri zu versch- Aber nur einen Selbstabholer. Will die nicht. Kannst du hier nicht einfach dein defektes Zeug anbieten. Das geht ja nicht. Ja, ich weiß. Deswegen ist das hier auch YouTube-Kleinanzeige. Alter! Schau auf zu treffen. Mein XP jetzt, weg! Wieder nichts gekriegt, ey. Mit Miri hier rumrennen, macht doch keinen Spaß. Warum? Weil die alle loot alles als klauen. Hier ist nichts, wir gehen jetzt zurück. Fischi! Kriegt man vielleicht fürs Angeln, XP? Kann man in Lava angeln? Ja, Lava, Fischi. Angeln wären Lava. Ich weiß nicht, will ich nicht zurück. Ich hoffe, du weißt ihn. Wir gehen nach Hause. Hallo, ist ihr zu Hause? Bestimmt, bestimmt will ich die ja auch nicht loswerden. Bestimmt, gehe ich immer in die falschen Gänge und bestimmt hasse ich das. Und bestimmt moderiert Miri jetzt auch die Folge ab. Okay, na gut, dann hoffe ich euch hat die heutige Folge gefallen, war ja sehr kompetent von uns. Wenn ihr was kompetentes sehen wollt, dann guckt bei Katzen vorbei, glaube ich, der irrt nicht die ganze Zeit durch die Festung. Und ja, ansonsten macht es gut und feurig, ja. Bleib schon feurig, pass auf Miri, der ist nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Tschüss Miri. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.